yo servus freunde was geht was geht was geht ich zeige euch jetzt ein babababa klitsch bei warzone gottmode warl klitsch alles in einem skims vorräte einfach als anhänger kein mensch macht dran aber haupt rein gepatcht dieser andere unnötige auf jeden fall der klitsch ist hier hinten bei deutschland ganz entspannt also wir brauchen auf jeden fall das fahrzeug am besten direkt da landen und dann hier rüber fahren ich zeig es euch gleich ganz easy easy peasy jeder kann nachmachen so wie gesagt bei dem fahrzeug landen ist wichtig ihr seht gleich warum aber ich sag euch feierabend dieser spot der spot ist kränkte tank aber erst vor allem wenn wir einen sehr schaden hier rüber oder er gibt dieses sound hören wir mal so diese sound amg 6,3 liter bruder guck jetzt zu und lern du parkst diese amg hier an heiß körper so mit link geraten dann machst du den hier bruder genau diese einmal daneben springen pat 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 junge lass kommen wer will oder alter was ein spot bruder kein mensch kommt oh junge was da los er sieht mich nicht darin es sieht mich nicht so anders los der weiß gar nicht was er anfangen soll der b der ja nice salam was jungen komm komm du auch komm du auch komm du auch Oh, ich brauche! Ich brauche das Geld! Komm her! Wo ist denn? Da! Wow! Es ist so verloren! Wo ist der? Alter! Bruder! Er kennt sich aus! Aber nicht mit mir, du ekliger! Du ekliger! Der Arme, Alter! Bruder, Save ermeldet mich! Ich werde direkt Hops genommen! Von Activision! Ich glaube, die schmeckt! Ey, der Hund! Die kennen sich schon aus, Alter! Krass! Der hat mich fast geholt, Alter! Der hat mich fast geholt, Alter! Nein, Bruder, mach das nicht nach! Wir werden Steering-Tops genommen, sonst von Activision! Gemeldet, blockiert, alles! Aha! Alle HC4, ich schätze... ... 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 Wenn er mich mit Hailey holt, lösche ich es selbst direkt spielen. Alter Digga, Adrenalin hatte ich noch nie in diesem Spiel, du B****, du, 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 du kleiner, den willst du hier hops nehmen, Alter, oh nein Digga, oh nein Digga, oh nein, 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 F***, Digga, Valla Karma, ich schwöre Karma, Instant Karma Digga, hart. Zurück an die Front, verlierst du, ist dein Kampf vorbei. Es ist Zeit, Soldat, mach sich fertig. Man sieht den. Digga, guck mal bitte ruhig, ich bin Schiff Decker, Alter, ist so ein Depp. Alter, heftig. Wo ist der Helikopter, Alter? Krass. Sorry. Mal. Ich Okay.